so mein leben und mit hallo und herzlich willkommen zu einer runde minecraft sky was mit schalowin und mit lama bin hier im spinnen der zölfe leute von den zehn runden die wir jetzt aufgenommen haben ist vielleicht eine richtig gut geworden ja die city map jetzt aber das packt mal leute alter leute auf der web habe ich ein gutes gefühl hättest du mir die truhe weggenommen ich hätte die umgebracht maxi spiel gescheit bist du reißen jetzt ja guck mich mal an ja ja passt schon gut ich brauche das ekip da also geht nicht zu den kisten ich habe gar nichts bekommen ja ich habe schon mehr ich habe schon einen gierigen blick sehen du brauchst mir nix von leute ich will es wirklich reißen aber die mitte übertreib halt direkt er braucht ja ich weiß aber vergessen maxi kommenter her schnell weiß ich war so die reiten muss ja okay kommt oder sind ja welche ich komme ich komme mit aller kann ich habe ich habe ich habe ich komme leute ich komme meine schütze ich komme mache ich alter du musst einmal nicht mehr machen das anzugreifende ich bin ich bin ich bin ich komme ich komme die mitte ich komme wieder zurück nach hause der ärgert mich ich hatte ihn ich hatte dich alle ich halte mich mal raus ich hab mich natürlich gibt dem erz noch den hit natürlich ist das jetzt sein ernst ich hatte die runde reißig für uns jungs ich bin ja auch noch da so gut max kann zu bitte noch support geben okay die sind jetzt gut ich würde wenn man es gut machen dann haben wir sie die eine ist gut equipt hoffentlich wirft jetzt ich würde ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich kann schauen was er hat diese zu drehend schauen was der hat ich kann schauen was er hat ich kann schauen was er hat wenn er runter geht ich bin schon tot jetzt ich habe ich habe dich gerettet ich habe noch mal ein ich habe noch mal ein was fein gemacht wo ist der letzte ich bin bei dir der letzte ist der letzte ist der letzte ist der alte hat der scheiße also leute heute den krieg vielleicht leute der krieg vielleicht warte mal warte mal hier ein bisschen hallo ich weiß wie gerig du wieder bist aber ich muss ein bisschen regenerieren ich will den letzten killen nein leute der hat assistiert der scheiße clip da aus hinter glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich komme rein rein ich habe sieben kills 1100 coins ich hoffe das video hat euch gefallen denn ja zeigst du mit einer bewertung haut rein macht gut und tschüss